Und ich habe Ihnen dafür ein tolles Girl aus Düsseldorf mitgebracht. Das ist der Pall Dauer. Sie kam wie ein Wirbelwind in mein Leben. Und dann zog das Chaos gleich bei mir ein. Irgendwann habe ich mich dann halt ergeben. Na, wahrscheinlich musste das so sein. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so mit langen und langen Haaren. Und Augen, die unglaublich sind. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so ein richtig süßer Zahn. Ihr Lächeln macht die Sonne blind. Mit so einem Düsseldorfer Girl kommt der Sommer in dein Herz. Du gibst mal wieder richtig Gas. Mit so einem Düsseldorfer Girl zeigt alles himmelwärts. Da geht es einfach nur um Spaß. Früher trug ich Anzug und Schnips und Kragen. Heute fahr ich mit der Halle ins Büro. So ist das Leben echt zu ertragen. So ist das Leben echt zu ertragen. Mit so einem Mädchen ist das einfach so. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so mit langen, blonden Haaren. Und Augen, die unglaublich sind. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so ein richtig süßer Zahn. Ihr Lächeln macht die Sonne blind. Mit so einem Düsseldorfer Girl kommt der Sommer in dein Herz. Du gibst mal wieder richtig Gas. Mit so einem Düsseldorfer Girl zeigt alles himmelwärts. Da geht es einfach nur um Spaß. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so mit langen, blonden Haaren. Und Augen, die unglaublich sind. Sie ist ein Düsseldorfer Girl, so ein richtig süßer Zahn. Ihr Lächeln macht die Sonne blind. Mit so einem Düsseldorfer Girl kommt der Sommer in dein Herz. Du gibst mal wieder richtig Gas. Mit so einem Düsseldorfer Girl zeigt alles himmelwärts. Da geht es einfach nur um Spaß. Mit so einem Düsseldorfer Girl zeigt alles himmelwärts. Da geht es einfach nur um Spaß. Die Ballnummer, unsere erste Startnummer. Vielen Dank, Franz und seinen Jungs mit dem Düsseldorfer Girl. Jetzt fragt man sich natürlich, obwohl ihr bei Ingo Dobinsky in der Goldenen Eins mit jedes Ende sein Anfang gewonnen habt. Warum jetzt das Düsseldorfer Girl, Didi? Das hat sich auf unserer Deutschland-Tournee als Publikums-Hit herauskristallisiert. Und das ist einfach toll. Was heißt denn hier Hit? Das ist der Renner. Da haben die Leute die Hallen abgerissen. Das ist quasi die Krönung der Deutschland-Tournee. Die kommen also nicht hierher und sagen, wir müssen Werbung machen für unsere Tournee. Die kommen dann, wenn fast schon alles vorbei ist. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Die Balldauer, finde ich klasse, dass ihr da seid. Dankeschön.